Uiuiuiuiui Schnappt sie! Ha! Ah! Ok, Köpfe gegen die Zauberts! Nimm sie fest! Boah! Zack! Veröffnet die Tümi mit Bomben um und dann kriegen die wieder zurück, ey! mit dem Wettbewerb mit dem Wettbewerb oder so Ja, ein schöner Blut Oh, Professor Chaos, komm Der holt jetzt richtig rein Ihr seid am Daumen Ja, der Chaos Hammer! Oh mein Gott! Und finish him! Mein Unheben! Another victory for the good game! Yeah! So schön looten, looten, looten So, wo reisen wir denn mal hin? Ah... Machen wir das vielleicht mit dem Schweinebeermann? Okay Timmä! Timmä! Lrrr... Lrrr... Läh... Rrrr... Ah, eh, eh Good job Junior Algorian! Good Junior Algorian, I gottch! With all the sensors in the place, I can get a reading on my ...? Oh, I knew it! Those are definitely hot ManBear Pig readings! Come with me! I must put this data in the Data ManBear Pig Base! Oh ja jetzt müssen wir langsam los zur kanalisation und da ist ein Zeichen vom Man-Bear-Pick Back again Junior Algorian, have you found somewhere in the sewers to put the defilibrator? A few more told me to take that spot. Pretty good, huh? A few more told me to take that spot. Pretty good. Jetzt wieder noch ein Kindergartenkind. Ja kloppen scheiße geil. Okay. Wir müssen hier ran. So. Wir waren eigentlich schon durch. Schnell in Teilen. Perfekt. So. 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 noch und berühmte und noch mal angreifen oder noch mal angreifen exekution so also die defibrillator schon angebracht sehen wir gehen aber noch ein bisschen weiter herum aber wir haben gesehen für die charaktere müssen wir noch für die anderen die mussten wieder freischalten ja er hat manche pokémon natürlich und es ist der hänke wie ist der hänke wie ist der hänke wie ist der hänke Hm. you throw up on her got yo fucking yelling at me i just excuse us a minute did you ever miss me by the same guy you don't you don't got him and you can't me with that fuck you they want to kill you you don't just kill you you don't just fuck you I don't fuck you howdy how listen i gotta get my wife some help could you go look for our children i sure would make it worth your while Ja, da sind sie Simon, Amber und Cornwallis. Sag ihnen, dass der Vater sie nach Hause will. Meine Babys! Bring mir die Babys! Du bist ein f***er Traitrack! Verlegte Kinder. Aber ich wollte gerade sagen, wir müssen halt... War super. Das Ding ist noch frei zu schalten hier. Um halt Jesus, um... Hier... Freizuschalten, müssen wir die ja nochmal besuchen. Jeden Tag müssen wir die nochmal neu besuchen, um die freizuschalten. Okay, machen wir schnell die Rad noch mehr fertig. Letzte Kraft damit wir nochmal angreifen. Ich hab einfach keine Chance. Alter, das ist einfach zu krass. Ja, Gewalt ist immer ne Lösung. Ich glaube, das tust du immer. Und da kommen wir nicht schon vorbei. So, gleich gehen wir auch links. Aber erst mal kurz rechts. Wollen wir gleich erst. Na, kommen wir vorher dahinten. Die ist wahrscheinlich... Oh no! Ich glaube, hier geht's nicht so viel weiter. Ich glaube, wir klappen hier ganz schnell ab. Und gehen dann weiter nach rechts. Okay. Bisschen traurig, aber... Bisschen traurig, aber okay. Ich freu mir die scheiße mal weg. Und die Flaschen. Mach mir alles sauber. Ja. Ja. Ein Obdachloser. Ich vertreibe die ja. Aufsicht. Ich bin ganz nah. Oh, ich fühle mich nicht auf. Ich mache den Kopf. Und er macht nichts. Ich sage den Kopf. Ich bin echt schön. Ich habe den Kopf. Ich mache den Kopf auf. Was kann man mit dem Spanieren? Was kann man mit dem Spanieren? Wir schauen, wie ich es mit mir schaffe. Ah, ha, ha! Ja, ha! Ah, die Schöne! nur noch die kleine nágate Stab der Verschwendung. Das ist denn eine Waffe mit Widerlichkeitsschaden. Das ist aber schlechter, die brauchen wir nicht. Jetzt können wir einfach wieder ein bisschen mit dem Außenweg finden. Huch! Da graben die noch. Einmal haben wir uns überrascht. Die Penner, die barschen uns gerne. So blut dafür. Ihr wisst es ja, der Professor. So, ne? Let's see how you like killing with me! Ha ha ha! 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 Da ha ha! Ha ha! Oh! Fwhat?! jetzt mache ich mit dem schwert kurzen prozess oh na, Batarang macht's auch ne ah geil, gut als ich den Batarang genommen habe, alle drauf einfach schön looten, looten, looten na, aber nur die beiden, ja irgendwie müssen wir noch auf die andere Seite kommen ah, er hat den Ratten und die Mama ok, das ist ja der Batarang ok, die drei auf einmal aber der Schürfste Booyah Chaka ups nur noch die Mama ist da und da war sie schon Geschichte Thanks so much Mister I was afraid those rats were gonna get me and I was gonna end up a floater Ich frage mich doch die ganze Zeit wer da einen Haufen Scheiße immer in die Kisten reinlegt wer kommt auf die Idee wer denkt das es ne gute Idee ist ah, das ist ein Zeitschloss ah ja, warte ich das kurz nochmal ab mach jeder das wieder rein so ich hab grad verpeilt dass das ein Zeitschloss ist ich hab grad verpeilt dass das ein Zeitschloss ist ich hab grad verpeilt dass das ein Zeitschloss ist ah, jetzt können wir das frei machen ja da schließen wir uns jedenfalls die Abkürzungen und müssen nicht mehr die großen Außenlieger gehen also die großen Umlieger und das haben wir schon abgeklappert Ich mein da kommen wir glaub ich her ja, da kommen wir her ja doch da kommen wir her das heisst das haben wir auch schon abgeklappert da kommen wir auch her dann gehts jetzt gerade hier weiter müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verirren so die beiden Dainten können wir gleich noch kaputt schlagen und wir in ein Obdachlosencamp ja der ist fast down ja beide halten nicht mehr viel aus beide sind gleich schneller beide mache ich kurzes fertig das ist fertig exekutionen wollen es sein hey uja chaka und looten ah er ist noch da gehen wir mal durch den Tunnel hier krä� 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 Oh, jetzt kommen wir überhaupt gegen... Du trinkst die Fledermäuse. Komm, die machen wir mal aufwendig. So, die sind sogar schwach gegen Frost. Komm, die machen wir so fertig. Booyachaka, normal. So wirks in ihnen nicht gegen Magie nun. Und nochmal. So wenig Leben. Dann finde ich die mit dem Batarang. Und down. Also der Batarang ist echt schon... der ist schon nice. So. Einen großen Stein, da kommen wir glaube ich noch nicht durch. So, also schlagen können wir den nicht. Der hat also nicht. Oh, Dr. Uah. Oh, Andho! Punktenmankriff! Die klappt! Ah, die können die ganze Zeit mit dieser Zuck-Attacken machen, ey. Wollt ihr den mitbeißen oder wie mit den Kack überschmeißen? Bam! Boah, ein Schlag, zwei. Flieg in der Wicht. Ich weiß, du bist mit deiner Klappe mehr. Okay, die sind aber keine Ausordnung sonst. Auf was werden unsere Helden am Ende dieses Ganges stoßen? Werden sie je wieder aus der Kanalisation herausfinden? Und werden sie das letzte Scheißkind wiederfinden und damit die Scheißfamilie wieder zusammenbringen? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park des League of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht. Oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Los geht es drundert. Bigste Folge qu requirements. tough